Hallo, ich grüße euch zum Wetter hier bei wetter.net. Der September ist am Sonntag schon wieder vorbei. Also ich finde ja mittlerweile, an seinem Jahr ist gar nichts mehr dran. Das rast einfach nur so durch. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor aufgrund des fortgeschrittenen Alters. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der September in diesem Jahr zu warm, zu trocken und er brachte mehr Sonnenschein als normalerweise üblich ist. Ja, nun kommt ab Montag der Oktober und in vielen Bundesländern beginnen die Herbstferien und da möchte man natürlich wissen, erwartet uns ein goldener Oktober oder wird der Oktober eher frisch und wir müssen sogar mit den ersten Schneefällen bis in tiefe Lagen rechnen. Die Userin Meerschwein-Lisa hat mich gestern zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Änderung gibt beim Monatstrend für den Monat Oktober, denn nun könnte der Monat rund ein Grad kälter ausfallen als im langjährigen klimatologischen Mittel eigentlich zu erwarten wäre. Da hat der US-Wetterdienst NOAH seine Prognose nach unten gedreht, denn vorher war die Rede von einem 1 bis 2 Grad zu warm im Oktober und nun von einem 1 Grad zu kalten. Schauen wir uns nochmal die Niederschlagstrends an für den Oktober. Die haben sich auch geändert. Zunächst sollte es im ganzen Land eher zu trocken werden, jetzt nur noch hier im Süden von Deutschland und im Rest des Landes, da sollen die Niederschläge eher durchschnittlich ausfallen. Aber stimmt das wirklich? Können wir uns auf einen sehr kalten Oktober gefasst machen? Schauen wir uns mal die genaue, exaktere Ensemble-Vorhersage an für Süddeutschland mal als Beispiel. Hier in Rot, das ist die Linie der Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe und hier in Braun, das ist die Durchschnittslinie, also das langjährige klimatologische Mittel in dieser Höhe bei den Luftmassentemperaturen. Und da sehen wir, zunächst ist es wärmer als normal, dann geht es ein bisschen unter den Durchschnitt runter, ja und Richtung Oktober, dann liegt die Linie doch eigentlich sehr oft über dem langjährigen klimatologischen Mittel. Das heißt, der Oktober könnte mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, zumindest fast bis zur Monatsmitte, eher ein bisschen zu warm ausfallen. Also das spricht ganz und gar nicht für die Noah-Prognose, die uns einen 1 Grad zu kalten Oktober verspricht. Also das müssen wir nochmal abwarten, das glaube ich nicht so ganz, dass dieser Oktober wirklich ein zu kalter Oktober werden könnte. Ja und in Sachen goldener Oktober, nun zunächst geht es sehr trocken weiter im Süden, aber dann gibt es so ein paar Niederschlagssignale und die könnten schon darauf hindeuten, dass der Oktober nicht immer ganz so golden ausfällt. Das heißt, ab und zu könnte es da schon mal ein paar Schauer geben, aber wie gesagt, die genauen Details, die müssen wir abwarten. Genauere Prognosen gibt es dann in der nächsten Woche. Tschüss, bis dann.